Karl Freiherr von Plättenberg war ein preußischer General der Infanterie, kommandierender General des Kadekorps und Generaladjutant von Wilhelm II. Leben. Herkunft Karl entstammte dem westfälischen Uradelsgeschlecht Plättenberg aus dem Sauerland. Ein Vorfahre wurde erstmals im 11. Jahrhundert erwähnt. Sein Vater Eugen von Plättenberg war Offizier, zuletzt Major und Eskadron-Chef. Seine Mutter war Minette, geborene von der Boch. Militärkarriere Plättenberg wurde im Kadett-en-Korps erzogen und trat 1870 in das 5. Westfälische Infanterie-Regiment Nr. 53 in Köln ein. Mit diesem nahm er als Seconder-Leutnant 1871. am Krieg gegen Frankreich teil und wurde mit dem Eisernen Kreuz II-Klasse ausgezeichnet. Anschließend besuchte er die Kriegsakademie und wurde in das 1. Garderegiment zu Fuß versetzt. Dort fungierte er nach der Beförderung zum Hauptmann als Kompaniechef. Unter Beförderung zum Major am 24. März 1890 folgte seine Versetzung nach Birkeburg in das westfälische Jägerbataillons Nr. 7. Dort fungierte Plättenberg vom 18. November 1890 bis zum 15. Juni 1894 als Kommandeur und kam anschließend in gleicher Funktion zum Gardejägerbataillons nach Potsdam. In dieser Stellung wurde er am 16. Juni 1896 Oberstleutnant. 1898 ernannte man ihn zum Kommandeur des 1. Garderegiments zu Fuß. Ab 1902 fungierte er als Inspekteur der Jäger und Schützen und wurde gleichzeitig mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Kommandeurs des Reitenden Feldjägerkorps beauftragt. Am 24. Juni 1906 übernahm er den Befehl über die 22. Division in Kassel. Am 12. April 1910 wurde Plättenberg zum General der Infanterie und gleichzeitig zum Kommandierenden General des IX. Armeekorps in Altona ernannt. Am 1. März 1913 übernahm er schließlich die Führung des Gardechorps. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs marschierte er im August 1914 mit seinem Korps im Verband der Zweite Armee in Belgien ein. Danach kämpften seine Truppen erfolgreich gegen die französische Fünfte Armee bei St. Quentin und an der Mahne. Sein Korps verlegte nach der Eisner Schlacht nach Flandern und stand in der Schlacht um Ypern im Abschnitt der Korpsgruppe des Generals Fabek. Anfang Mai 1915 beteiligte sich seine an die Ostfront verlegten Truppen im Verband der XI. Armee an der Offensive zwischen Gerlais Tarnow. Am 14. Mai 1915 wurde Plättenberg mit dem Puerle Meret, dem höchsten preußischen Tapferkeitsorden, ausgezeichnet sowie am 27. Januar 1916 a la suite des 1. Garderegiments zu Fuß gestellt. Nach Kritik an der Kriegsführung von Erich Ludendorff und Paul von Hindenburg während der Materialschlachten an der Westfront musste Plättenberg am 24. Januar 1917 zurücktreten. Unter Verleihung des Schwarzen Adlerordens und den Schwertern zu dem Ordensaut war zu tragen, den Großkreuz des Roten Adlerordens mit Eichenlaub und der Krone wurde Plättenberg zu den Offizieren von der Armee versetzt und am 6. Februar 1917 zur Disposition gestellt. Nach seiner Pensionierung kehrte er nach Birkeburg zurück, wo noch heute die Plättenbergstraße nach ihm benannt ist. Er war außerdem Besitzer von etwa 80 Morgenland des ehemaligen Ritterguts Stockholm, mit dem die Familie am 16. April 1494 belehnt worden war. Familie Plättenbergs ältester Sohn Karl Wilhelm war Leutnant im 1. Garderegiment zu Fuß und damit Offizier im Gardechor unter Führung seines Vaters. Er fiel am 30. August 1914 bei Coulomb-Vay-les-Ude in der Schlacht von St. Quentin. Sein zweiter Sohn Kurt war Generalbevollmächtigter des vormaligen preußischen Königshauses und gehörte zum engeren Kreis der Widerständler vom 20. Juli 1944. Er stürzte sich vor einem Verhör im Gestapo-Hauptquartier am 10. März 1945 aus einem Fenster. Auszeichnungen Kronenordne, Klasse Ritterkreuz des königlichen Hausordens von Hohensollern Preußisches Dienstauszeichnungskreuz Ehrenkonturkreuz des fürstlichen Hausordens von Hohensollern Großkreuz mit der Krone in Gold des Ordens der Wendtischen Krone Kontur des Greifenordens Ehrengroßkreuz des Oldenburgischen Haus und Verdienstordens des Herzogs Peter Friedrich Ludwig Reussisches Ehrenkreuzi Klasse mit Krone Kontur i Klasse des Albrechtsordens Kontur des Hausordens vom Weißen Falken Kontur i Klasse des Herzoglich-Sachsen-Ernestinischen Hausordens Ehrenkreuzi Klasse des Lippischen Hausordens Waltexisches Militärverdienstkreuz 2 Klasse Waltexisches Verdienstkreuz i Klasse Großkreuz des Jannebrock-Ordens Großkreuz des Royal-Victorian-Order Großoffizier des Ordens der Krone von Italien Großkreuz des Ordens von Oranien-Nassau Orden der Eisernen Krone 2 Klasse Ritter des Franz-Josef-Ordens Großoffizier des Sonnen- und Löwen-Ordens Kontur des Sterns von Rumänien Offizier des Ordens der Krone von Rumänien Kaiserlich-Königlicher Orden vom Weißen Adler Russischer Orden der Heiligen Anna 2 Klasse mit Brillanten Offizier des Serbischen Ordens vom Weißen Adler Großkreuz des Weißen Elefantenordens Großkreuz des Erbischen Ordens vom Weißen